Da oben der Mond Achso, wenn ihr es wisst, ich habe einen neuen Freund, wenn ich zusammen bin, seit 21.11.20 Und, ja, da bin ich gesagt, wird ein Alarmstufe 1 bei einem Sturm. So, da oben scheint der Mond noch. Und es schneit ein bisschen. Es schneit. Es ist ein Schneesturm, was wir haben. So, das ist ein Schnee. So, das ist ein Schnee. So, das ist ein Schnee. Aber das seltsamste, dass da oben noch der Mond am Scheinen ist. Obwohl es draus schneit. Also wir kriegen auf alle Fälle einen Schneesturm. Und eine Lampe kann man unten sehen, dass es wirklich am... ...schneiden ist... ...dannoyen. Ich stehe 0 Uhr noch was nachts draußen. Da oben ist der Mond. Das ist jetzt so zitterend. Da kann ich nichts dafür. Das kommt von den Stuhl. Dann wünsche ich euch alle eine schöne gute Nacht. Und wie gesagt, wir erwarten jetzt einen Schneesturm mit Annahmstufe 1.